Oh Gott, was mach ich denn eigentlich hier? Ich hab nicht tausend. Ich bin nicht Chuck Norris, der über Wasser laufen kann oder im Feuer stehen. Ich hab nur ein paar Minecraft-Leben und wenn die tot sind, dann bin ich halt auch tot. Aber als Minecrafter hast du das immer gut. Du hast die größte Fläche der Welt für dich alleine. Außer du bist so dumm und spielst online mit irgendwelchen anderen Idioten. Die teilen, klauen dir dann alles. Ja, im richtigen Leben kannst du auch alles schützen. Niemand kann dir was klauen. Auf der Bank ist natürlich alles sicher. Ja, ist gut dem Menschen. Wir glauben ja alle an's gut dem Menschen. Dum 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 dum. Nein! Don't fall down. Don't fall down? Yeah, gutes Englisch. Ähm, ja, so. Ja, ich weiß, der wollte gerade interessiert euch nicht, wie ich den Bau... Ihr müsst euch nicht angucken, aber ich guck's an. Ja, ich gucke meine eigene Minecraft an und wundere mich danach, was ich für Scheiße labere. Größtenteils. Und ich sollte mehr Themen ansprechen. Ich weiß, aber ihr schreibt mir keine Themen. Also spreche ich auch keine an. Und, ja... Ich kann auf die Monstervolle gucken. Oh, da bin ich das Dach ja fast fertig. Oh, cool. Wusste ich gar nicht. Dachte, ich wäre noch in den Bau. Bäh. So. Jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt und höher wird das Ding nicht gebaut. Ähm, brauche ich jetzt noch mal so ein Ding hin? Mal gucken, wie hoch ich noch kann. Tö, gar nichts mehr. Dann muss ich das wieder weghacken. Los, Pikachu. Los. 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 Das ist 2 alien in seconds. F-langschlassig runterfall. Uah. Das würde ich jetzt nicht überleben. Verrekte ich und spawn em Bett. Glaube ich mal. Ich würde es nicht ausprobieren, aber ihr würdet es gern wissen. Also, für euch tue ich's. NICHT! Das war ein Spaß. Natürlich spring ich da nicht runter, wenn ich lebensmühle. Doch für euch Allein Na cool Ich spawne eine Wolkenkratzer Ich werde die ganze Scheiße wieder aufsammeln Och Leute Das hätten auch solche Pappnasen Aber dafür ist mein Leben jetzt wieder voll Schwert Axt Dings Glas Brauche ich alles doch gar nicht Doch Axt brauche ich Ich brauche nur Holz Holz Glas Fackeln Essen Noch mehr Holz Noch mal Glas und noch mal Glas Die Leitung brauche ich auch nicht mehr Warum gehen wir schnell wieder hoch Gott safety queen, man Heilige zack zack boom Heilige zack zack boom Ja Nach einer halben Stunde Aufnahme Verliere ich langsam Den Faden über was ich eigentlich rede Gleich fange ich an über den dritten Weltkrieg zu reden Der zum Glück noch nicht war und der hoffe ich noch nicht kommen wird Die Deutschen sind auch die schlauesten im Krieg führen Nein Deutschland gab es ja nur ein Vollidiot der Krieg führen wollte Und Ja und der Rest ist hinterher gerannt wie bei Lemminge Einer rennt vor, der Rest ballert hinterher Hitler war der größte Schisser der Welt So ein Wichser eh, so ein Hund ist so, ne Nicht aufregen Er ist tot Er ist tot und eine Million andere Menschen auch In Deutschland Ne, es waren glaube ich nicht in Deutschland So ein Wichser eh Naja, was soll's Anderes Thema Meine Stimmung schwankt La 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 Ich hasse Emus Wahaha Ne Spaß Oh doch Ne hasse ich nicht, ich kann das nicht so sagen Ich mag die nicht Die sind so komisch So blutig So geritzt Das macht mir Angst Ich hab immer Angst, dass die kommen Und dann Ach, geh mal auf emoshop.com Da gibt's eine Vierkantklinge Für Emus hier 4,95 Da geht das Ritzen viermal schneller Die Schnitte sind präzise Und immer gleich Gleich großer Abstand Einfach nur der Knaller Müsst ihr immer machen Kauft's euch Kauft's euch Da freut's sich Jedes Emo Das ist der Traum von jedem Emo Und noch eins Zack Wollt ihr, dass ich den zweiten Tower Nebendran selber baue Oder Ich weiß ja nicht Ähm 3, 3, 4 Klasse Also wollt ihr, dass ich ihn selber baue Oder es soll ich mit euch bauen Das möchte ich jetzt gern wissen Und das würdet ihr mir jetzt Jetzt In die Videokommentare schreiben Ihr könnt ja während des Videos Mal kurz runter scrollen Und dann mal so einen fetten Post rein bollern Der kostet ja eh nix Also 20 Sekunden Und etwas deutsch Ja, ich bin hoch Ich bin hoch Ich bin hoch Überlebe ich das? Ich überlebe ich das? Ja, ich überlebe es Nein, ich überlebe es nicht Aber doch, ich überlebe es Nein, ich will aber nicht mehr Ja, ich glaube ich weiß nicht Ob ich es als Stunden-Special hochladen Oder als halbe Stunde Mal gucken wie es ankommt Und wenn das Video ist weiterhin so schlecht bewertet werden Mit Was weiß ich 300 bis 400 Klicks Manche haben nur 50 Das eine hat mal wieder 500 gehabt Ich beleg das auch nicht Wieso manches 500 hat Mit dem Thema Minecraft Center Nein, das hat ja 500 Keine Ahnung Das eine hat ja 500 Das hat immer wieder Das andere hat immer wieder Nur mit nacht 40 Man Auf der Startseite war es auch nicht Wie kommt man hier auf Startseite? Was muss man hier da für ein Video machen? Nee Wollen wir mal gern wissen Was ging das schnell? Fake Check Oh, heute Halloween Heute Halloween Nein, Halloween war vorbei Als ich mich das Video holte Ich bin vorbei Also Halloween Ich schaue jetzt mal kurz in die Zukunft Also an Halloween Ballern wir Hab ich Raketen verschossen Hab ein Karstabier geklärt Mit Kumpels Und Eins, zwei, drei Boah, ich dachte ich gerade echt falsch gebaut Oh, ich hatte zu heftig Okay, wie baue ich jetzt das Dach drauf? Wie war das nochmal? Ah, okay, jetzt blick ich es wieder Höp, 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 höp Höp, 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 höp Ja, ich wackel gerade etwas langsam Da ich nicht vor hatte hier runter zu fallen I will not fall down Ja, mein Deutsch ist einfach das Geilste Destroyed Das überlebe ich nicht Ich will aber noch nicht sterben Ich bin zu jung Ich bin erst 16 Ja, ich hab mich manchmal etwas jünger an Und wenn er Probleme hat Dann halt die Flöße Sonst kommt halt die Flöße TV Oder wie das auch heißt Auf YouTube Ich bin die Gangster Rapper Ich hör Flair Flare Flare Nein, Spaß, Mann Ja, ich hör Flair Und du mit deinem Kitty Cat Kann sich verpissen Kitty Cat Nobody's home Lalalala Jetzt weiß ich nicht mehr Wo es reingeht Doch hier Ach, erstmals das Loch da wird zum Und jetzt Reinspringen Nein Ah, perfekt Hab ich keine Leitung mehr Doch, 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 hab ich doch, hab ich Ich bin schneller Nein, wieder hoch Wieder hoch Ich brauchte euch gar nicht bis hierhin leitern Nein Alter, ich hab's mal echt wieder drauf Zu überleben Kurz vor dem Tod Jetzt verliere ich euch kein Leben Also vom Fressen her Ich fress auch schon wieder Du kannst halt nichts fressen Nur vorhin vor 20 Minuten Aber wenn man rennt Dann geht das Hammer schnell weg Sonst eigentlich fast nie Wird schon wieder dunkel Ich weiß nicht, ob in dem Ding was spawnt Müsste es eigentlich Wegen mir kann da ruhig alles spawnen Außer Creep Außer Enderman Außer, außer, außer Ne, ich bau mal weiter Geh mal schnell das Stockwerk hoch Stockwerk Da taue ich mal ne Fackel drauf Damit hier nix spawnt Dann Geh ich mal da hoch Da mal schnell drauf Hau da auch ne Fackel drauf Dann baue ich das Stockwerk weiter Ich hasse diese Endermans Die bauen immer den Kack da ab Ich muss noch was ausprobieren Ich spawn Keine Ahnung 200 Endermans Und mein Haus Aber ich mach da vorne noch Hab ich grad da einen Creeper gehört Ich spawne nochmal so 50 Endermans Nächst zu meinem Haus Oder 500 Und mal gucken, wie sie das abbauen Oder in meinem Haus am besten Und die ganze Zeit nur auf den Boden gucken Mal gucken, wie sie das abbauen Und dann haue ich ein Ah, Enderman I kill you You want, we do Gestern angeguckt Wow, wieder geil Joghurt Song Von 5XL Beats Ich soll's lassen Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich will das nicht So, jetzt hab ich da wieder zu wenig Holz Ah, cool Los, Pikachu Los Und ich nehm 40 Minuten auf Und ich rede immer noch Langeweilig Langweilig Langweilig Hi, Macke Und wo sind die Monster Ah, nee, ich bin zu hoch Ich kann ihn nicht mehr sehen Ja klar, 3 Endermans Baut doch mal Komm, baut doch alles ab Ja, und jetzt weckt der Hallo, kannst du meinen Block da wieder reinsetzen? Ja, genau Nein, links Ja, da ist auch noch einer Ja, kannst du auch da Wehe, du baust den Zaun ab Das schlimmste wäre halt, wenn der da oben Bei dem La Auch keine Spinne Ne, wenn der bei dem Lava was abbaut Und dann fackelt mir die Bude da ab Das wäre hinten bei dem Holzhaus schlimm Weil das ist ja alles aus Holz gemacht Innen drin der Boden Oder beim World Trade Center Halt doch mal die Fresse mit deinem World Trade Center Ja, ich weiß Leute, sorry Ich verplabber mich immer Ich hab das Thema in der FÜG Volt Ähm Elfter Keine Ahnung Wild World Trade Center Hab ich das Thema Frag mich nicht Ich weiß das Datum nicht Hab ich das aus dem Material gemacht Unten La 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 Der Aufzug fährt nach unten Wetten, da ist irgendwo ein Monster drin Höh Höh Ne Ah, der Holzblock sitzt da eigentlich gut Aua, aua Okay, das Material hab ich genommen Ja klar, hier ist hier Monster Spawn Party Ja, ich hab Party hier eh Leuten redet auch noch eine Spinne Das frägt mal wieder 20, 30, 1000 Stück Ja, ich geh wieder hoch Okay, hier geht's los Nein, nein Da brauch ich den und den Ha 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 Leute, unterstützt mich mal Teilt mal das Video irgendwo auf Facebook Oder auf YouTube Keine Ahnung Macht doch auch was Nettes einfach Solange German Let's Play gesperrt ist Kann ja ich übernehmen Brauch auch ein bisschen Fame Nein Achso, wenn ihr es teilt Dann schreibt ihr mir eine Nachricht Ne, dann schreibt ihr geteilt Und das Video Und dann sehe ich ja geteilt Und dann eins suche ich mir aus Und den erwähne ich im nächsten Video Dem seinen Kanal Und verfilmt seinen Kanal mal kurz Und erwähne ich im nächsten Video Und labere was Gutes über ihn Ich hoffe nur, dass ihr was Gutes habt Es gibt genug negative Kanals Wurde dir da Ungefähr 70% Alle YouTuber Sagen Ausdrücke In ihren Videos In jedem Video Ein Ausdruck 70% Hab ich heute schon was gesagt in dem Video Ich glaube Nein Doch, ich hab Highland Zack gesagt Ne, hab ich auch nicht gesagt Vielleicht ein Fluch Fluch Ich bin Harry Potter Ich darf das Ich bin Chuck Norris Chuck Norris krillt unter Wasser Nein, Chuck Norris sitzt weiter hinten als Flair Im Bus halt Chuck Norris Der Norris von Chuck Jack Sparrow Ja, ich weiß, dass ich eins höre Aber das sieht zu geil aus Na, 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 na Na, 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 na Gut So, wir sind fertig Na, 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 na Was mache ich als nächstes in Minecraft? Die Föcker kann da stehen bleiben Die kommt nicht weg Ähm Okay Komm, muss erst mal an Wir brauchen auch Drops Wir hätten die Wehe, die haben nichts getroffen Diese Haarflöcher Nur Löcher brauchen wir nicht Doch da Die drei ist auch fertig Oh, das ist ein Zombie Ah, komm her Ich tötet dich, du Motherfucker Scheiße, sei schon der Ausdruck gesagt Sorry, ich bin mir leid Komm her, komm her Hey, das sieht doch aus wie der vor einem Ding Ich tötet dich, ich bin mir leid Danke für die Experienz Seid ehrlich, Leute, ist doch geil Ich könnte aber schnell mal Ich hau schnell was zu fressen ran Ich hab keine Figure Ich mach mal den Motoksen 1800 Ich bekomme einen wirklich coolten Aust stage Nebst du dasτούrenpark Wir gucken mal wie es so aussieht Das sieht doch auch geil aus Viele beschwerken sich, dass ich in der 8-Bit-Welt nicht spielen soll Ich finde das sieht doch echt geil aus Ich geh nur schnell rüber und dann hau ich Texturpark wieder rein für euch. Oder eigentlich gleich. Ich will nur kurz gucken, wie viel Drops ich hab. Ja, Drops. Aber kühl. Ich weiß gar nicht, wie die Texturpark aussehen. Aber ihr wisst's gleich. Nach der nächsten Maus. Ich muss kurz laden. Ich muss kurz laden. Ich muss kurz laden. Das Leben ist schön. Es geht schöner. Oh, ich könnte mal ein Lied anmachen. Ich hab vorhin ein cooles Lied ausgesucht. Ich weiß nicht mehr welches. Das ist cool. Hallo meine Freunde. Ich sag's mal. Nächstes müsst ihr anhören. Das ist von Robert Hess. Das ist der von YouTube. Selbst gemacht. Na ja, keine Drops mehr da. Schade. Sie sind alle verdroppt Oh lecker Frisches Schwein Was wollte ich da noch reinschauen Ich muss dann trockst dich gerade hier runter Sie ist doch geil, oder? Pumpkinhead Mein Wälder ist schon wieder rausgegangen Ach, was soll ich so richtig Doch, so ein Breser Ich habe gerade abgekackt So So Ich muss jetzt auch noch irgendwo rein müssen Danach zeige ich noch was ganz cooles So Kommt direkt doch, du Madder Hallo, 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 hallo Ihr seid nicht cool ich auch nicht. Also, das war's noch mit der Aufnahme, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Wir sehen uns irgendwann wieder und das Video teilen, abonnieren und liken. Oder bewertet es einfach um, ihr könnt es auch disliken, wenn ihr wollt. Schreibt ein negatives Kommentar, dann löscht euch euch, sperre euch auf YouTube und melde euch noch dazu. Dankeschön, also immer positiv bleiben und clean. Danke, ciao. Achso, die Musik war mir noch zu Ende. Oh nein, doch nicht. Ciao.